Musik Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Ich habe für Dieter Bürgi einen Song gemacht und ein kleines Video gedreht. Jetzt schauen Sie sich das bitte an. Oh, alle seien gar nicht aneinander. Nee, nee, nee. Ihr seid schwule. Nee, auch nicht. Ihr seid auch nicht. Warum sprecht ihr dann so? Musik Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Musik So sieht das aus, so hört sich das an. Aber ich kann das selber kontrollieren. So sieht das aus, so hört sich das an. Dass sie euch hier durch die Gegend kurven und so, kann ich ja auch mitfahren, also. Jetzt ist das deutsche Grand Prix Team komplett im Aberland. So sieht das aus, so hört sich das an. Musik Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Musik Die meisten Sachen entstehen wirklich spontan. So sieht das aus. So hört sich das an. Aber in den meisten Fällen, oder sehr häufig, sind die Sachen schon sehr spontan. Auch dementsprechend selber kann. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene, Maya, hören. So sieht das aus. So hört sich das an. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz, drei Spitzen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Im Fernsehen ist der Papa, der macht ja den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. Das grundsätzlich an alle Menschen in diesem Land. Aber ich meine, die Presse war auch nicht ganz unschuldig daran. Also da Blutschweiß und Tränen, Herr Beckmann. So sieht das aus. So hört sich das an. Dann habt ihr diesen Beitrag dann. Beinharter Businessman, grandioser Comedian. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz, drei Spitzen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Und zwar, ich rufe im Namen vom Raabtreff.de Forum an. So sieht das aus. So hört sich das an. Und wer spricht das denn jetzt wie aus Antanasius? So sieht das aus. So hört sich das an. Stefan, mit dem großen Erfolg, den du hattest und hast, ging natürlich auch an. Hier hattest du sehr viel Geld verdient, hast du ein reicher Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz, drei Spitzen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Jeden Tag, was weiß ich, Viertel nach elf oder so, Montag bis Freitag, Comedy-Show, auf, wo, sieben. Aber, und du bist ja auch mit dem Moment, wir hatten auch noch Tüten und so, und das heißt, dass man die mal gebrauchen kann, ne? Aber Montag ging's los, Stefan. So sieht das aus. So hört sich das an. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Letztes Spiel hat den Link Platz, drei Spitzen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Und, äh, dann, dann. Und, äh, da rufst du so teilweise mit verstellter Stimme Leute an, ne? In der Heavy-Metal-Szene bin ich ja als Schwuchtelmucker bekannt. Ich weiß nicht, ob du das schon als Freundschaft besprechen kannst, aber ich würde sagen, das ist relativ nahe dran. So sieht das aus. So hört sich das an. Welche Hilfe bietet Gildo an? Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Und dann, äh, das war eine verkürzte Version des Interviews, was auf einer Internetseite stand. Und als Nachfolger für TV Total wird schon, äh, Oliver Pocher genannt. Ich hab dann auch mit ihm telefoniert. Er hat mich angerufen. Bitte, wer war es? Nein, doch bitte. Nein, nein, nein. Das ist, das, äh, das gehört da. Ich meine, da bin ich eher ein Mann. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spielze. Jeden Abend dazu sitzen, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend dazu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Bei Stimmbändern. Stimmbändern ist ja vorhanden. Auch dann. Okay, ich fang an. Rückblicken, Stefan. Es sind Informationen, die man ganz legal erwerben kann. So sieht das aus. So hört sich das an. Sicherheit hat also Vorrang. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen und am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Liste Spiel hatten wir im Platz. Dreisch Visionen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend da zu sitzen. Was kosten die Logger? 10 Euro. Wo kauft man die? In Norwegen. Oder in Russland. Im Web. Ein Problem. Wo ist illegal in Deutschland? Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich bin niemand. Ich muss die anderen Kollegen respektieren. Wir haben viele nette Kollegen. Ist klar, diese Wörter. Ich möchte nicht verstehen, was ich gesagt habe. Dann. Also, das hat mir mehr Spaß gemacht. Da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel. Atelier in Place. Drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Da hört sich wunderbar an. Was grinst du mich an? Der berühmte schwarze Mann. Wir sind der berühmte schwarze Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Da hört sich wunderbar an. Was grinst du mich an? Schwarze Mann. Also, das hat mir mehr Spaß gemacht. Da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel. Atelier in Place. Drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden Abend da zu sitzen.